So, da bin ich wieder. Gut, wo war ich stehen geblieben? Eingestörter Wolf. Verdammt. So, schauen wir mal. Genau, Holz. Holz, 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 Holz. Ich brauch noch immer ganz, ganz viel Holz. Wie gesagt, ich hab echt das Gefühl, dass hier alles teurer geworden ist. So, das kann schon mal weg. Sehr gut. So, dann gucken wir gleich mal, dass wir eine Karre machen können und dass ich hier schon mal irgendwie ein Haus errichten kann. Diesmal gehe ich das alles ein bisschen anders an. Nicht wie beim letzten Mal, wo ich dann direkt auf die Forschung quasi gegangen bin. Guck, dass ich hier gleich vorankomme und gleich was machen kann. Mir fehlen noch vier Bretter. So. Ja, das letzte Mal bin ich ja direkt auf die Forschung gegangen. Hab dann gleich geguckt, dass hier irgendwie schon, dass ich schon alles freischalten kann, machen kann, herstellen kann. Und mir wurde ja gesagt, ich sollte am besten gucken, dass ich erstmal... Ah, wie heißt's? Ein Haus und so Sachen errichte und mich um Essen und so weiter kümmere. Weil das dann einfach auch mit den Punkten viel einfacher und schneller geht. Genau. Genau. So. 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 Ja, da hab ich zu weit aufgeschüttet, verdammt. Ich weiß noch gar nicht, wohin mit der ganzen Erde, ey. Und irgendwie steht schon wieder alles, ne? Woran liegt's? Das Ding alle? Nee. Warum hat da alles aufgehört? Hä? Irgendwie spackt das grad bei mir, kann das sein? Dass ich da die ganze Zeit Rezepte reinhauen konnte. Von Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr hab. Naja. Bin wieder verwirrt heute. Was soll man machen? So, endlich kann ich die Karre machen. Geil. So, dann kann die schon mal gemütlich durchlaufen. Und in der Zeit... Der hier müsste noch weg. Ich will ja hier anfangen schon mal. Ein Loch zu graben. So. So. Das passt soweit. Und die Steine, komm, die kann ich wegklopfen. Die kann ich mir ins Lager schmeißen. So, 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 so. Cack, 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 cack. So. 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 Schütten wir erstmal alles hier oben hin. Ich weiß zwar noch nicht, also hier bleibt das nicht, das soll nachher auch wieder weg. Aber ich weiß jetzt halt erstmal nicht, wo ich es sonst hin machen soll. Das ist ein Stein. Dann gucke ich gleich mal, wie groß ich das Haus mache. Ich mache schon mal den Grundriss so ein bisschen. So, die Karre ist gleich fertig. Oh, ich habe Hunger, aber vom Allerfeinsten. So, wo haben wir sie? Wo ist sie gelandet? Hallo? Karre? Bin ich. Klein Moment, trusty. Sofort. Ach, da ist die Karre. Siehs mal, ich bin blind. Ultra blind heute. So, ähm. Beidrehen. Klitzeklein Moment, das kriegen wir hin. Ähm. Das bedeutet, ich muss mal ganz kurz hier rüber. Und jetzt dürftest du eine Einladung haben. So, da sind wir wieder im Spiel. Warte mal. Jetzt muss ich meine Karre erstmal platzieren, ne? Das macht natürlich Sinn. Jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, und dann machen wir einen Direktor. Also, wenn ich das so 16 lang mache, 16 Blöcke, ist, glaube ich, schon eine ordentliche Länge, ne? Das dürfte gehen. Dann machen wir hier eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Die ist geflackert, ne? Das macht mich wahnsinnig. Sie haben mich verzählt. Verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben war ich, glaube ich, ne? Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Acht. Neun. Zehn. So, zehn auf, äh, was war uns? Sechzehn, ne? Äh. Alter, ist geflackert. Das ist doch nicht wahr, was ist denn das? Ich muss mal kurz in die Einstellung, Entschuldigung. Es tut mir leid. Aber ich kriege hier gleich Augenkrebs, das geht ja gar nicht. Warum ist das aus? Gucken, ob es dadurch besser wird. Ne, flackert immer noch. Ist er jetzt besser? Nein. Sag mal. Schalte Kopfhippen aus, mache ich mal. Vielleicht bringt es was. Schattenqualität. Ränder Skalierung. Verstehe ich nicht. Das hat nicht geklappt. Ja, warte mal, das schicke ich halt nochmal eine Einladung. Jetzt sollte es gehen. So. Also das Geflacker ist irgendwie immer noch da bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde mich damit mal irgendwann in Ruhe auseinandersetzen. Jetzt haben wir es halt drinnen. Tut mir leid. Aber ich kriege es jetzt gerade nicht weg. Ich wüsste nicht, wie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weiß ich, ob es am Multiplayer-Ding liegt. Weil auf der anderen Map, als ich gespielt habe, hatte ich das Problem nicht. Ich weiß nicht, ob der Multiplayer da irgendwie. Manche Spiele sind da ja so ein bisschen sensibel. Sobald du Multiplayer anschmeißt, ist es vorbei. Dann ruckelt und flabbert alles und keine Ahnung was. Dann ruckelt und flabbert alles und flabbert alles und flabbert alles. Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Hallihallo. Ja, Glückwunsch. Nicht schlecht. Das hört sich schon mal gut an. Vielleicht das Ergebnis auch noch gut ist am Ende. Jetzt habe ich gerade gedacht, das ist geflackert. Das kommt, weil ich das Gebiet hier geclaimt habe. Dass es daran liegt, dass es deswegen so ein bisschen flackert. Aber, wenn ich außerhalb des Gebiets laufe, flackert es immer noch. Also kann es daran schon mal nicht liegen. Glaubst du, bei der Klausur kommt 3,0 oder besser aus? Ja, 3 ist ja gut, ne? Damit kann man leben. Vielleicht will mir das Spiel mit dem Geflacker auch einfach nur sagen, dass hier einfach zu viel Natur im Weg ist. Dass ich die weg muss. Das könnte natürlich auch sein. Die Möglichkeit existiert natürlich auch. So, ich muss gleich ein neues Lager errichten, auf jeden Fall. Weil ich muss das ganze Zeug, was ich ja hier gerade wegschaufel. Ja, stimmt. Ich habe ja nicht die andere Schaufel. Verdammt. Ja, sieht nämlich schon sehr voll aus. Das muss ich ja irgendwo hinschmeißen. Ich muss ja irgendwo entsorgen. Also, was heißt entsorgen? Erstmal vorübergehend irgendwo lagern. Dann machen wir einfach mal großes Lager schnell. Ich glaube, das klatsche ich mir einfach mal da vorne hier in die Ecke. Hier vielleicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel lädt nicht richtig. Könnte das sein? Aber hier flackert er halt extrem, oder? Ja, ich schaue da nachher nochmal drüber. Ich kann es jetzt echt nicht sagen, woran es liegt. Es nervt auf jeden Fall. Okay, jetzt ist voll. So, schmeiße ich da mal rein. Das geht noch einen kleinen Moment. So, das Lager ist fertig. Wo habe ich es denn? Da habe ich es. Das können wir da schon mal rein schmeißen. Genau, und Jetzt komme ich natürlich intelligenterweise Warte mal, da muss ich mal ganz kurz umschichten hier. Jetzt komme ich da intelligenterweise ja gar nicht zu meinem Lager rübergefahren. Jetzt muss ich mir hier eine kleine Brücke bauen. Einfach mal kurz die Erde von dort noch dort drüber schaufeln. So. Ja, sollte reichen. Karren hier einfach mal alles kurz nach oben. Schlurp, 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 schlurp. Zack. So. Dann. Ziehen wir mal das ganze Zeug hier rein. Da kann ich schon gleich fast ein zweites Lager bauen. Oder ich fange an mit der Erde. Hier ein bisschen aufzuschütten hier vorne. Das wäre natürlich auch eine Option. Das könnte ich natürlich auch machen. So. Die Steine kann ich da auch nicht schon machen. Mann, 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 ey. Da habe ich mir was vorgenommen mit dem Haus. Ja. So. Okay. So. 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 ein bisschen zu viel weggenommen kann das sein ja na ja halb so schlimm schütten wir erst mal ein bisschen damit auf so jetzt soll es wieder passen jetzt gucken wir noch mal was da unten passiert ist hat es jetzt eigentlich mit der einladung geklappt von mit der zweiten hier sind noch keine palästin standen alles klar also da ich jetzt weiß ob du das vorhin alles gehört hast was ich erzählt hatte ganz am anfang was ich erklärt hatte also es läuft dann halt so wie gesagt wenn wir jetzt hier zusammen spielen ist das alles soweit mal alles ok ihr könnt halt immer nur spielen wenn ich spiele und ich euch dann einladen hat halt einfach dann den vorteil dass ich fortschrittmäßig nicht so weit zurückgeworfen werde im gegensatz zu allen anderen wenn ich nur einmal die woche stream genau genau ja siehste dann ist alles super was soll ich baue ich schon wieder meine brücke ab ne ich bin ein düdel so so hier kann ich ein bisschen weg machen das ist okay nur nicht da vorne ich darf nicht so weit vorpreschen aber ich müsste es fünf tief machen ne ich habe mir echt was viel zu groß ist vorgenommen glaube ich also ich bin hungrig das ist mein problem wieder naja natürlich was auch sonst so wieso zu verarscht du stehst nicht zu nah an der kante toll ja das hat ja gut funktioniert danke karren hast du gut gemacht ja und jetzt stehen wir hier toll dämlicher karren ist doch nicht wahr fällt er einfach runter naja machen wir schnell neues lager nicht neues lager habt dann baue ich das dahin dann schmeiße ich das kurz da rein und dann ja schauen wir mal ich würde es ganz gerne noch ein bisschen ausweiten nach hier vorne ehrlich gesagt ich glaube da macht es eigentlich schon echt fast sinn wenn ich jetzt hier schon ein bisschen aufschütte so 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 Vielen Dank.